Ah, dann ist er wieder da! Hallo! Wir reden weiter an einem Stück, ne? Das steht hier eigentlich. Wo ist die Armee? All dead. Sehr round. Sehr round! Oh nein, sehr dead! They just pulled back. Riverside Overrun. Newberg Overrun. The Army is not coming back. Get out! Lasst mal jetzt die ganze Zeit diese Rüste reden. Was steht da? They can't change back, don't take them! What? Was ist das? You? Da steht... With... With... Das ist ein abgekürztes With... With you. With... Save yourself! Claude Huggins, you are a coward and you let your children die. Your... You let your children die. With... 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 kaputt machen. Ja, ich weiß. Ja, deswegen bin ich, glaube ich, mal da runtergefallen. Ja, bist du auch ein Verreckt. Ich bin ein Lala-Visier. Was haben wir hier? Ich wollte es eigentlich in deine Hand erschießen, aber irgendwie war es mir dann doch zu nah, weil ich direkt neben dir stand. Du schiehst ja direkt an den anderen. Hier ist irgendwo ein Charter. Da ist er. Ja, da ist er. Okay. Wie er einfach weggerannt ist. Da ist ein Splitter hinten. Da ist ein Tank. Hier schießt halt auf mich. Sorry, hinter dir waren Zombies, man. Da ist der Tank. Wow, dreh dich doch nicht um. Ja, dreh dich doch nicht um. Ich stand die ganze Zeit hinter ihm, weißt du? Ich weiß, ich hab's dir gesehen. Aua. Ich hab grad gekratzt, du kackte Zombie. Wie die auch aussehen. Was für große Füße, für Plattfüße auch. Iiii. Iii, die hat ein C an der Hacke. Iiii. Was? Die hat ein C an der Hacke. Jaaa. Das will ich sehen. Guck's dir an. Und ein Tanga hat sie an. Iiii. Was? Flitterin? Ja, aber die hat ein C an der Hacke, man. Rechts. Hey, wo hatten die da ein C an der Hacke? Siehst du das nicht? Da, so an der Seite. Da. Da an der Seite hinten. Da. Ja, stimmt. Und die hat ein Tanga angelegt. Ja, der Tanga war voll schwabbelig, Alter. Er hat die Zellulise im ganzen Körper, ja. Habste bestimmt auch. Ja. Oh, Pipebomb. Oh. Ja, hier sind voll viele. Hier sind auch noch welche. Ich hab ja noch einen. Oh, egal. Hier ist auch noch eine M4, falls ihr mit habt. Aber ich glaub ich nur mit. Boah, Alter. Ich hab richtig die Gamer-Stelle an der Hand. Hier gibt's eine Rohrbombe. Hier gibt's ne Rohrbombe. Wartet mal kurz. Ich bin runtergefallen durch so'n scheiß Loch, was auf einmal war. Das ist jetzt gerade... Das ist aber voll das Loch im Boden. Das ist schon die ganze Zeit da. Ja, ich weiß. Aber der... Ah, Hunter. Wie springt er denn? Wie er gesprungen ist einfach mal. Das ist nur ein Charger. Der Dreck. Direkt unter mir. Ey, komm hoch. Oder auch nicht. Ich hab keinen Bock auf die Kirche jetzt gleich. Hauptsache die Laternen leuchten noch. Oh. So lange der Strom noch leuchtet, ist auch chill. Das nur wird's hier irgendwo. Hier liegt ne Waffe. Da. Ich schleiche... Ich schleiche... Ja, ich schleiche mit meinem von hinten... Sorry. Ich schleiche mich von hinten ran. Das sind ja erstmal die Zombies hier. Alter. Sorry. Ich hab dich grad einmal kurz getroffen. Ich schleiche dich von hinten ran. Ich mach mal Taschen ab aus. Wie ist es aussieht mit dir? Leute hatten die... Die hat mich gesehen! Wie konnte die mich hören? Die sah aus wie die auf einmal ausgesprungen ist wie so ne Furie. Ich hab ja noch eins aber... Ja. Ich brauch's mehr als Zoe. Ich mein, ich krieg die meisten Jockeys ab. Ja. Wir sind auch noch Pillen. Ja, Pillen hab ich eh schon. Ja. Jockey hier irgendwo. Gestealt. Ja. Fick nicht. Boomer auch noch. Und ein Smoker. Wo ist denn der Boomer? Ist hier drin? Ey, der ist dahinter irgendwo. Ich hab direkt mal den Waffenschrank geöffnet, ne? Ja, warte kurz. Hier ist Uni. Alter, wo ist denn der scheiße Boomer? Wo ist denn der Waffenschrank? Ah, der ist doch hier im Haus. Und ich hab... Der hat mich angekotzt. Hat wer ne Pipe füllen werfen? Ja. Ich werd raus. Gut, dass Boomer Kotze keinen Schaden macht. Wollt einer eine Gasflasche? Wo ist denn jetzt der scheiße Waffenschrank, Alter? Ja. Nein, ah. Oh, oh. Tak. Ah, das hat... Ja, lauf doch nicht rein. Ja, wenn der Jockey mich da noch festhält. Du bist mal reingelaufen. Ich wollt ja eigentlich da durch. Aber... Der Jockey hat mich dann da drin festgehalten. Egal, jetzt nehm ich mein Medikit. Und die haben ja auf einmal entgegengestellt. Hauptsache voll der moderne Fernseher hier. Jetzt ist er kaputt. Geh mal da weg, Marco. Wie unnädig. Hallo. Da ist ein Schutzraum. Ja, aber der Nigger lässt uns ja nicht rein. Ja, wartet erstmal. Denk dran, wer wird. Ne, ich sag halt jetzt nicht. Der wird zum Mongo. Lass erstmal die Benzinkanister. Ne, der ist ja schon Mongo. So. So, ist ja schon du. Ja. Leg ihn quasi direkt nebeneinander. Du den hier hin. Ja, oder drüben weiterhin. Ja, so. Ey, ist ja Munition. Da geht's raus, guck. Die Tür kann man zulassen. Ich hab's normal aufgemacht. Zum Dank wurde ich geblicken. Nicht nochmal. Sicher ist sicher. Ding Dong. Ding Dong. Richtig beendet, Alter. Kann man hier kein Klavier spielen? Weil die Benzinkanister da an den Schnellen sind so gut. Ich kann euch sagen, da ist uns bitter. Im Haus? Ja, ist schon tot. Ein Hunter irgendwo. Hunter im Haus. Ich hab noch ne Pipe. Fällt mir grad mal so auf. Hast du ne? Ja. Ja, okay. Hinter im Haus. Kommt ihr mal? Ach so. Hier ist ein scheiß Jockey. Ach so. Ich sag das nicht aus Spaß. Ich wusste aber nicht, dass der auf dir hängt. Weil du hast nur gesagt, hier ist ein Jockey hinterm Haus und auf einmal... Ja, da hängt er auch noch nicht. Ja, da hängt er auch noch nicht. Aber es war klar, das hat nicht mehr lange gedauert. Ich war dein Skills nicht. Ja, der ist ja die ganze Zeit übel rumgehabt, aber Sau scheint ihn zu treffen. Oma. Repairt, ne? Vor die Tür. Die geht jetzt auf. Wann der da... Hier. Mann, war der gestealt, Alter. Ja, am Arsch. Ich hab ihm übel den Headshot gezogen, Mann. Wer macht die Tür auf? Ja, sie. Ja. Ist sie dumm. Geht's mir einfach immer die Tür auf. Wie es nur ein Boomer war. Wie es nur ein Boomer war. Weil das letzte Mal war es immer ein Hunter. Ne, die letzten Male war es ein Tank. Echt? Ja, ein Tank. 84, 83, 81. Oh, Marco, Alter. Du hast weniger als Zoe. Und zwar um die Hälfte fast. Oh, Alter. Wie da nur ein Boomer rauskam. Was? Was? Da kam aber auch schon mal Hunter raus. Habe ich oder du haben die Tür aufgemacht. Komm, ist das dann so ein Hunter. Ja, aber meistens kommen da ja Tanks raus. Oder da kam es jetzt eigentlich mehr ein Tank raus. Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich meine nicht, dass da ein Tank rausgekommen ist. Aber ich bin mir nicht zu 100%. Aber ich finde, ich muss ehrlich mal sagen, das Versteck hier ist irgendwie ziemlich cool. Ja, der hat hier alles. Hier oben ist Essen. Ja, ein Schlaflicht. Hier hat er better safe than sorry, better safe than sorry. Und hier unten hat er eine Küche und ein Klo. Vielleicht ein Boot. Ich meine, der hat sogar ein Klo. Hallo. Ja, ich weiß. Und Musik. Wo er wahrscheinlich nicht mehr viel Musik rauskommt, weil Radio tot ist. Ja. Und es ist relativ geräumig. Hier oben hat er einen Schreibtisch. Wie viele Minuten sind wir? Zehn. Okay. Meinst du, nächster Safe-Raum schaffen wir, oder? Ja. Ich meine, ich bin mir nicht sicher. Nee, vor dem Haus kommt noch, glaube ich, einer. Ich will hier durch. Ich will da durch die Dings, wenn ich da nicht durchkomme, dann habe ich keinen Bock mehr auf das Spiel. Ja, so ist das. Pass auf, Zombie. Echt, Marco weiß. Hätte ich ja hier kaum erwartet. Ich gehe eine Runde mir einen Fountain-Drink holen, ne? Und einen Kaffee. Einen Kaffee ist super. Softdrinks. Einen Euro. Einer Euro. Einer Euro. Einer Euro. Er ist schon ausgeräubert. Die alte hier hat der Shotgun gehabt. Alte hier? Ja das ist der alte. Ich hab sie nicht. Ah, sorry. Mein Schmocker. Uiuiui. Der war knapp, der war knapp, der war echt knapp. Der wollt mich gerade anficken. Ah, anficken... Da wollte der grad kotzen. Der hatte Auslauf, der hatte seine Tage, hatte der. Guck dir die an. Guck dir mal an, wie die da drauf liegt. Wo? Hat noch einer ne Pipe? Das wär jetzt grad nützlich. Ja, wohin? Ja, schon zu spät. Hier, die. Hauptsache linker Arm, rechtes Bein fehlt. Ja. Was haben wir denn hier noch? Da ist n Jockey. Pistole. Und Splitter. Defi. Jockey tot. Splitter lebt noch. Ist Splitter auch tot. Wie die sich auch manchmal am Baum einfach lehnen oder so, ne? Ja. Boah, ist das dunkel hier, Alter. Ah, Smoker. Ah, hieß aus, ne? Ah, wie geil. Ich hab in die Rakettensäge, falls du willst. Oh, geil. Will einer meine Machette? Ne, ich hab's ja immer noch eine. Marco bestimmt. Ja. Ja. Liegt hier. Noch n Boomer. Und Hunter. Ja. Sorry Marco, ich hatte dich aus irgendwas angeschossen. Wo? Wo ist die Witch? Hast du denn noch die Schrohrschlitte? Ja. Aber weißt du noch, wo du meine Witch gekettensägt hast? Ja, die ist instant fast gestorben, Alter. Die ist ja quasi in dich reingerannt. Wenn ich von hinten dran komme, kann ich's vers... Naja, die steht da. Ja, die... Ne, die sitzt... Ach da. Ich komm von hinten ran, soll ich's mal versuchen? Ja, warte, 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 lass mich nachladen. Dann kann ich die Deckung noch geben, ja. Versuch's. Nein! Aber die hat ganz schön Schaden gekriegt, so schnell wie die tot war. Ja. Hier ist noch irgendein Charger, musst du aufpassen. Ist wahrscheinlich oben in dem Gebäude. Warte, warte, warte. Kettensägel ist auch fucking OP, Alter. Ich mein, damit du zu alles mitdenkst. Hättest du vielleicht trotzdem mit der Schrohrschlitte, eventuell glaub ich, hier ist sicherer gewesen, da hättest du sogar euch direkt weggekriegt. Ja, ist doch egal. Quatsch dir mal nicht rum. Hier ist ein Charger an dem Haus. Hier rechts im Raum. Ah, da um die Ecke. Egal. Wie schnell hat ich's tot? Oh nee, jetzt die Stelle hier. Warum hab ich jetzt mein Shotgun weggepackt? Die liegt ja da noch. Shotgun her. Der Slazer-Visier ist mir heilig. Soll ich den Gabelstapler senken? Warte, noch nicht. Das ist noch kurz die Zombiewelle, die hier ankommt noch. Oh. Kurz zerstören. Boah, wie ich hier das Bein zertrümmert habe. Das sah voll geklafft aus. Jetzt kann ich das glaub ich machen. Auch alles was man hier nimmt, macht Geräusche. Nervis einfach zusammenbricht. Nicht sorg, dass hinter uns nix kommt. Nicht n Molo auf dem Boden. Warum geht der nicht weiter? Wir können schon direkt hier durch, ne? Hunter irgendwo hinter uns oder Smoker. Oh, Jockey! Das ist ein Jockey. Weil auf ihn da direkt wieder gesprungen ist. Ja, ne? Es muss aber bestimmt voll komisch ausgesehen haben, weil ich bin nach hinten weggesprungen und er auf mich drauf. Ja. Ja. Alter, das habt ihr perfekt getimed. Hab so gehockt und hab so, äh, so das Schuss Salven gemacht. Ihr seid beide Eimerswert, die durch meinen Schuss fällt durch. Aber jedes Mal exakt dann, wenn ich eine Salve aufgehört hab. Sodass ich euch nicht getroffen hab. Ich hab quasi durchgehen geschossen, aber ich hab euch nicht getroffen. Also langsam, ey, ich muss mal nachhören. Wir können gleich immer noch auf'n Tank kommen, ne? Oh, Robin rennt da nicht einfach mal rein, man. Sorry. Deine Spitter. Alter. Alter, guck dir mal den Boden hier bitte an. Da kommt noch was. Boomer auf'n Dach. Hat Zoe erwischt. Alter. Ja, der Boomer hat Zoe vollgekotzt. Was glaubst du wohl? Munition! Lade nach! Ich hatte da Boomer trotzdem geworfen. Ich auch nicht, aber hier ist gleich auch ein Schutzraum schon. Da unten war Muni. Hinter den Dächern. Meine war nämlich leer. Alter! Da war'n Boomer. Alter, vom Hunter in den Tocke. Alter, zwei Formen. Ne. Mehr. Boah, was geht denn hier? Ja, wie viele Formen, dass die einfach in dem Schutzraum sind. So viel zum Schutzraum, Alter. Gebt Deckung! Lade nach! Alter. 111! 1,11 Junge! Nice. 194. Ja, ich hab' mehr als Robin. Oh nein. Da warst du dem... Der Witch keinen Schaden gemacht. Hab' ich doch gesagt, die hat übel viel gefressen. So. Oh, sorry, ich hab' die glaub' ich noch gelastet. Als ich angefangen hab' zu schießen, war die schon tot. Damit verabschieden wir uns mit diesem Pad. Ja. Wie immer, wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das auch jedes Mal.